Zu dem Stichwort analysieren würde ich vielleicht vorweg sagen, dass es prinzipiell einfacher ist, wenn man sein Team schon davor gut kennt oder die einzelnen Mitarbeitenden gut kennt. Und auch das haben wir ja in diesem Feedbackprozess das letzte Mal schon besprochen, dass wenn man das Beziehungsmanagement auf einem guten Niveau hat und quasi transparente Kommunikation führt mit seinem Team, dann werde ich auch so weit über die einzelnen Teammitglieder Bescheid wissen, was quasi Talente sind oder wo sie mehr Unterstützung brauchen. Und die einzelnen Teammitglieder werden das auch einfordern, weil es eben sehr transparent ist, wie man sich fördern möchte. Und dementsprechend sollte es eigentlich in einer idealen Welt, wenn ich quasi richtig vorher alles aufgebaut habe, eigentlich gar kein Problem sein zu sagen, in einem 101 Gespräch, ja, also es ist quasi bei dem letzten Projekt sind die und die Punkte schlecht gelaufen. Und man weiß vermutlich, woran das liegt oder man kann quasi in einer Diskussion das dann herausarbeiten, an welchen Arbeitsschritten das gelegen hat. Also es ist natürlich quasi eine separate Folge, wie kommuniziere ich vielleicht das Feedback selber, wenn es mal negativ ist. Aber der Punkt ist, dass wenn eine gute Beziehungsebene da ist oder das Beziehungsmanagement eben auf einem guten Niveau ist, dann ist es relativ einfach auch diese negativen Konsequenzen zu ziehen mit Menschen. Relativ einfach unter Anführungsstrichen, weil klar, es ist nie einfach jemanden rauszuschmeißen sozusagen aus einem Team. Aber zumindest ist der Prozess des Rausschmeißens, wenn man so will, ein bisschen einfacher für, wie gesagt, vermutlich für beide Parteien, weil einfach schon transparent kommuniziert wurde in der gesamten Planungszeit auch. Sollte die Beziehungsebene